Hallo Marco, die darf jetzt wieder vor. Reschen. Abjaa! Jetzt ich bin der Letzte. Hier, hier. Pasch! Ja, das heißt nichts. Nissan. Von der Deine Siebzeh. Zeige mit dem Webel, wie er auf die Mitte des Ziels ist und halte die Hand ganz still. Fah, ziehen lassen. Okay. Das klingt einfach. Wo bin ich da nicht? Hä? War ich irgendwo weg? Oder was? Mach das ganz ruhig. Nein, komm. Das war da. Da hab ich nicht kapiert. Dann bin ich der Letzte. Ich hab der Schlender gesagt. Ich hab die nicht kapiert. Und jetzt bin ich der Letzte. Und jetzt bin ich der Letzte. Und jetzt bin ich der Letzte. Die Schäme. Ich bin der Letzte. Und jetzt bin ich der Letzte. zwei Felder. Jetzt die Eräne. Ach, die kann ja den Wurf gut werden. Okay, das geht jetzt nachher. Neun. Genau so soll ich mehr als ein 30 Felder vorbieten. Bitteschön. 20 ist doch geil. Danke. Thank you very much. Jetzt kann ich noch mal wieder. Das ist wirklich noch eine. Für sieben. Das ist 25 nicht schlecht. Ja. Ja. Ja.